Kofstar präsentiert Touch & Go, den vollautomatischen Dosenöffner. Verabschieden Sie sich von Ihrem bisherigen Dosenöffner, bei dem Sie die Dosen noch festhalten müssen. Der Deckel in die Dose fällt. Ups, oder Sie sich sogar noch schneiden können. Entscheiden Sie sich für Touch & Go, den vollautomatischen Dosenöffner. Denn so geht's mühelos, schnell und sicher. Einfach Touch & Go auf eine runde Dose aufsetzen, startdrücken und fertig. Der Deckel wird jetzt vollautomatisch abgetrennt. Jetzt nur noch ausschalten und den Deckel abnehmen. Durch den eingebauten Magneten ein Kinderspiel. Mit Touch & Go, dem vollautomatischen Dosenöffner von Kofstar, machen auch Sie das Dosenöffnen ab sofort zur mühelosen, entspannten Angelegenheit. Schauen Sie hier noch einmal. Ansetzen, einschalten, fertig. Die Dose wird vollautomatisch geöffnet. Der Deckel bleibt an dem Magneten hängen und kann ganz einfach entfernt werden. Touch & Go, der vollautomatische Dosenöffner in vielen trendigen Farben. Hier erhältlich. Dose wird vollautomatisch geöffnet. Dose wird vollautomatisch geöffnet. Dose wird vollautomatisch geöffnet.